Robert Musil, Die Verwirrungen des Zöglings Törles Motto Sobald wir etwas aussprechen, entwerten wir es seltsam. Wir glauben, in die Tiefe der Abgründe hinabgetaucht zu sein, und wenn wir wieder an die Oberfläche kommen, gleich der Wassertropfen an unseren bleichen Fingerspitzen, nicht mehr dem Meere, dem er entstammt. Wir wähnen, eine Schatzgrube wunderbarer Schätze entdeckt zu haben, und wenn wir wieder ans Tageslicht kommen, haben wir nur falsche Steine und Glasscherben mitgebracht. Und trotzdem schimmert der Schatz im Finstern unverändert. Marterling Eine kleine Station an der Strecke, welche nach Russland führt. Endlos gerade liefen vier parallele Eisenstränge nach beiden Seiten, zwischen dem gelben Kies des breiten Fahrdammes, neben jedem wie ein schmutziger Schatten, der dunkle, vom Abdampf in den Boden gebrannte Strich. Hinter dem niederen, ölgestrichenen Stationsgebäude führte eine breite, ausgefahrene Straße zur Bahnhofsrampe herauf, ihre Ränder verloren sich in dem ringsum zertretenen Boden und waren nur an zwei Reihen Akazienbäumen kenntlich, die traurig mit verdursteten, von Staub und Ruß erdrosselten Blättern zu beiden Seiten standen. Machten es diese traurigen Farben? Machte es das bleiche, kraftlose, durch den Dunst ermüdete Licht der Nachmittagssonne? Gegenstände und Menschen hatten etwas Gleichgültiges, Lebloses, Mechanisches an sich, als seien sie aus der Szene eines Puppentheaters genommen. Von Zeit zu Zeit, in gleichen Intervallen, trat der Bahnhofsvorstand aus seinem Amtszimmer heraus und sah mit der gleichen Wendung des Kopfes die weite Strecke hinauf nach den Signalen des Wächterhäuschens, die immer noch nicht das Nahen des Eilzugs anzeigen wollten, der an der Grenze große Verspätung erlitten hatte. Mit einer und derselben Bewegung des Armes zog er so dann seine Taschenuhr hervor, schüttelte den Kopf und verschwand wieder, so wie die Figuren kommen und gehen, die aus alten Turmuhren treten, wenn die Stunde voll ist. Auf dem breiten, festgestampften Streifen zwischen Schienen, Strang und Gebäude prominierte eine heitere Gesellschaft junger Leute, links und rechts eines älteren Ehepaares schreitend, das den Mittelpunkt der etwas lauten Unterhaltung bildete. Aber auch die Fröhlichkeit dieser Gruppe war keine Rechte. Der Lärm des lustigen Lachens schien schon auf wenige Schritte zu verstummen, gleichsam an einem zähen, unsichtbaren Widerstande zu Boden zu sinken. Frau Hofrat Törlis, dies war die Dame von vielleicht 40 Jahren, verbarg hinter ihrem dichten Schleier traurige, vom Weinen ein wenig gerötete Augen. Es galt, Abschied zu nehmen, und es fiel ihr schwer, ihr einziges Kind nun wieder auf so lange Zeit unter fremden Leuten lassen zu müssen, ohne Möglichkeit, selbstschützend über ihren Liebling zu wachen. Denn die kleine Stadt lag weit ab von der Residenz im Osten des Reiches, im spärlich besiedelten, trockenen Ackerland. Der Grund, dessen wegen Frau Törlis es dulden musste, ihren Jungen in so ferner unwirtlicher Fremde zu wissen, war, dass sich in dieser Stadt ein berühmtes Konvikt befand, welches man schon seit dem vorigen Jahrhundert, wo es auf dem Boden einer frommen Stiftung errichtet worden war, da draußen beließ, wohl um die aufwachsende Jugend vor den verderblichen Einflüssen einer Großstadt zu bewahren. Denn hier erhielten die Söhne der besten Familien des Landes ihre Ausbildung, um nach Verlassen des Instituts die Hochschule zu beziehen oder in den Militär- oder Staatsdienst einzutreten. Und in allen diesen Fällen, sowie für den Verkehr in den Kreisen der guten Gesellschaft, galt es als besondere Empfehlung, im Konvikt zu W aufgewachsen zu sein. Vor vier Jahren hatte dies das Elternpaar Törlis bewogen, dem ehrgeizigen Drängen seines Knaben nachzugeben und seine Aufnahme in das Institut zu erwirken. Dieser Entschluss hatte später viele Tränen gekostet, denn fast seit dem Augenblick, da sich das Tor des Instituts unwiderruflich hinter ihm geschlossen hatte, litt der kleine Törlis an fürchterlichem, leidenschaftlichem Heimweh. Weder die Unterrichtsstunden noch die Spiele auf den großen, üppigen Wiesen des Parks noch die anderen Zerstreuungen, die das Konvikt seinen zögeligen bot, vermochten ihn zu fesseln. Er beteiligte sich kaum an ihnen. Er sah alles nur wie durch einen Schleier und hatte selbst untertags häufig Mühe, ein hartnäckiges Schluchzen hinabzuwirken. Des Abends aber schlief er stets unter Tränen ein. Er schrieb Briefe nach Hause, beinahe täglich, und er lebte nur in diesen Briefen. Alles andere, was er tat, schien ihm nur ein schattenhaftes, bedeutungsloses Geschehen zu sein, gleichgültige Stationen wie die Stundenziffern eines Uhrblattes. Wenn er aber schrieb, fühlte er etwas Auszeichnendes, Exklusives in sich. Wie eine Insel voll wunderbarer Sonnen und Farben hob sich etwas in ihm aus dem Meer grauer Empfindungen heraus, das ihn Tag um Tag kalt und gleichgültig umdrängte. Und wenn er untertags bei den Spielen oder im Unterricht daran dachte, dass er abends seinen Brief schreiben werde, so war ihm, als trüge er an unsichtbarer Kette einen goldenen Schlüssel verborgen, mit dem er, wenn es niemand sieht, das Tor von wunderbaren Gärten öffnen würde. Das Merkwürdige daran war, dass diese jähe verzehrende Hineigung zu seinen Eltern für ihn selbst etwas Neues und Befremdendes hatte. Er hatte sie vorher nicht geahnt. Er war gern und freiwillig ins Institut gegangen. Ja, er hatte gelacht, als sich seine Mutter beim ersten Abschied vor Tränen nicht fassen konnte. Und dann erst, nachdem er schon einige Tage allein gewesen war und sich verhältnismäßig wohl befunden hatte, brach es plötzlich und elementar in ihm empor. Er hielt es für Heimweh, für Verlangen nach seinen Eltern. In Wirklichkeit war es aber etwas viel Unbestimmteres und Zusammengesetzteres, denn der Gegenstand dieser Sehnsucht, das Bild seiner Eltern, war darin eigentlich gar nicht mehr enthalten. Ich meine diese gewisse, plastische, nicht bloß gedächtnismäßige, sondern körperliche Erinnerung an eine geliebte Person, die zu allen Sinnen spricht und in allen Sinnen bewahrt wird, sodass man nichts tun kann, ohne schweigend und unsichtbar den anderen zur Seite zu fühlen. Diese verklang bald wie eine Resonanz, die nur noch eine Weile fortgezittert hatte. Turles konnte sich damals beispielsweise nicht mehr das Bild seiner lieben, lieben Eltern, dermaßen sprach er es meist vor sich hin, vor Augen zaubern. Versuchte er es, so kam an dessen Stelle der grenzenlose Schmerz in ihm empor, dessen Sehnsucht ihn züchtigte und ihn doch eigenwillig festhielt, weil ihre heißen Flammen ihn zugleich schmerzten und entzückten. Der Gedanke an seine Eltern wurde ihm hierbei mehr und mehr zu einer bloßen Gelegenheitsursache, dieses egoistische Leiden in sich zu erzeugen, das ihn in seinen wollüstigen Stolz einschloss, wie in die Abgeschiedenheit einer Kapelle, in der von hundert flammenden Kerzen und von hundert Augen heiliger Bilder Weihrauch zwischen die Schmerzen der sich selbst Geißelnden gestreut wird. Als dann sein Heimweh weniger heftig wurde und sich allgemach verlor, zeigte sich diese seiner Art auch ziemlich deutlich. Sein Verschwinden führte nicht eine endlich erwartete Zufriedenheit nach sich, sondern ließ in der Seele des jungen Turles eine Leere zurück. Und an diesem Nichts, an diesem Unausgefüllten in sich, erkannte er, dass es nicht eine bloße Sehnsucht gewesen war, die ihm abhanden kam, sondern etwas Positives, eine seelische Kraft, etwas, das sich in ihm unter dem Vorwand des Schmerzes ausgeblüht hatte. Nun aber war es vorbei und diese Quelle einer ersten höheren Seligkeit hatte sich ihm erst durch ihr Versiegen fühlbar gemacht. Zu dieser Zeit verloren sich die leidenschaftlichen Spuren der im Erwachen gewesenen Seele wieder aus seinen Briefen und an ihre Stelle traten ausführliche Beschreibungen des Lebens im Institut und der neu gewonnenen Freunde. Er selbst fühlte sich dabei verarmt und kahl, wie ein Bäumchen, das nach der noch fruchtlosen Blüte den ersten Winter erlebt. Seine Eltern aber waren es zufrieden. Sie liebten ihn mit einer starken, gedankenlosen, tierischen Zärtlichkeit. Jedes Mal, wenn er vom Konvikt Ferien bekommen hatte, erschien der Hofrätin nachher ihr Haus von neuem leer und ausgestorben und noch einige Tage nach jedem solchen Besuch ging sie mit Tränen in den Augen durch die Zimmer, da dort und dort ein Gegenstand liebkost werden und berührt werden musste, auf dem das Auge des Knaben geruht oder den seine Finger gehalten hatten und beide hätten sie sich für ihn in Stücke reißen lassen. Die unbeholfene Rührung und leidenschaftliche, trotzige Trauer seiner Briefe beschäftigte sie schmerzlich und versetzte sie in einen Zustand hochgespannter Empfindsamkeit. Der heitere, zufriedene Leichtsinn, der darauf folgte, machte auch sie wieder froh und in dem Gefühl, dass dadurch eine Krise überwunden worden sei, unterstützten sie ihn nach Kräften. Weder in dem einen noch in dem anderen erkannten sie das Symptom einer bestimmten seelischen Entwicklung. Vielmehr hatten sie Schmerz und Beruhigung gleichermaßen als eine natürliche Folge der gegebenen Verhältnisse hingenommen. Dass es der erste, missglückte Versuch des jungen, auf sich selbst gestellten Menschen gewesen war, die Kräfte des Inneren zu entfalten, entging ihnen.